Der Pfad ist der Guru. Guru ist der Pfad. Es gibt keinen Unterschied zwischen den beiden. Ein Guru ist nicht jemand, der dir nur eine Philosophie, eine Lehre oder sogar eine Praxis, was das betrifft, vorgeht. Er legt seine eigenen Energien als Pfad aus. Wenn du diesem Pfad beschreitest, gehst du auf deinem Guru. Gehe sanft und sorge dafür, dass dieser Weg dich zu neuen Möglichkeiten führt. Das ist kein Pfad, auf dem du sitzt. Das ist kein Pfad, auf dem du herumtrampelst, sondern ein Pfad, den du sanft beschreitest. Denn wenn du auf den Pfad gehst, gehst du auf den Lebensenergien deines Gurus. Mach diesen Pfad zu einer großartigen Möglichkeit, um dich an Orte und Dimensionen zu bringen, die du nicht für möglich gehalten hast. Möge dieser Pfad zu deiner Befreiung, zu deiner endgültigen Erfüllung werden.